Herzlich Willkommen Freunde der Geflicken-Lega-Unterhaltung. Wir befinden uns bei dem Hauptkartier der Ghostbusters. Tobias ist natürlich wieder da. Es ist ja schließlich Sein Set. Ja, ist Sein Set. Es ist jetzt schon riesig und es wird noch größer. Und ich würde sagen, ohne große Worte zu verlieren, Tütchen Nummer 4 plus extra Inhalt anderer Typen. Aber dazu kommen wir dann gleich. Erstmal gibt es wieder Recycling. Ich mache die jetzt mit. Ja, machen wir die jetzt mit auf die Sondertypen, wo keine Nummer drauf ist. Ja, irgendwann wird sich das dann ergeben, denke ich. Ja, denke ich auch. So extra Tütchen. Ja, okay. Konfetti. Ich werde beschmissen. Oh nein, auch so kein Zeug. Ja, leider. Ups. Gut. Was bist du auch so froh, wie du brauchst von der Rede? Ja. Was? Erzähl mir an. Ja, ist ja richtig. Ja, ja. Okay. Aber wenn ein Teil fällt, ist meine Schuld. Ja, ich gehe mal gucken, ob ihr es hier nicht holt. Ich hole euch erstmal näher ran, dann gehe ich mal auf die Suche. Tobias, kannst du schon mal anfangen? Ja, ich baue hier die anderen, äh, den Männchen essen. Ja, hier fliegt er ein Männchen. Aha, da ist da schon mal was. Hallo? Du kannst dich nur für abschätzen, wie viel es war. Nee, kann ich nicht. Da ist auch noch. Also drei, vier Teile könnte ich nicht. Ja, drei, vier Teile war es, glaube ich, auch, ja. Kann man nicht kommen. Aber auf dem ersten Blick hätt ich gestern doch mal Staubsaugen gewonnen, aber ist das schon zu spät. Hallo, gestern wieder Spättschicht. Ja, ich ja auch. Einmal zu Hause. Okay. Willst du auch nicht noch anfangen, Staubsaugen? Oh scheiße. Na ja, drinnen. Lalalalala. Lalalala. Lala? Lalalala. Bist du sicher, dass es alle Tütchen sind? Ja. Weil? Flach und braunen Fähre. Flach und braunen Fähre. Mhm. Ah doch, da ist einer. Darum bräuchte ich noch einen zweiten. Oder hast du die Mitte liegen geschossen? Ich hab nix gesagt. Dumm, dumm. Weißt du, was noch ein Vorteil von Windows XP wäre? Hm. Ich könnte Theme Park World wieder auslaufen kriegen. Stimmt. Das lag da drauf. Ja. Das geht unter sieben nämlich nicht, auch wenn sie es alle behaupten. Ich hab's nicht hingekriegt. Okay. Wenn jemand von euch ne XP-Version überhaupt mal nen Kommentar oder ne Mail schreiben, bitte. Wir sind nicht bis dahin von einer. Das macht ja nichts. Das kann man ja, ja. Wobei die Folge geht denn in sechs Wochen nach Sendung oder so? Ja. Ne, ne, ne. Was denn? Hm. Da. Ich weiß nicht, wo du bist, weil ich dein... Ich sitz in der Küche. Da kommt ein runder Brauner. Okay. Dann kommt da sowas drauf. Auf ne Antenne. Ja, das ist die Anlarm-Anlage. Also wie drückt er den Knopf, sondern... Ach, die Anlarm-Anlage. Ah, ja. Das ergibt Sinn. Ja. Ja. Wenn Feuer war damals. Ja. Oder wenn Geister fliegen. Wir haben einen. Ist das der hier? No. Der siehst du durchsichtig? Ja, ist so. Das ist das. Das muss ja golden sein. Ah, dafür ist das hier. Hm. Hm. Denk ich auch. Yes. Ja. Ja. Fragt sich nur, wie das jetzt ist. Ich probier einfach mal was aus. Moment. Ja, ich versetz schon mal hier. Ja, bau du auch mal was. Ist ja nicht so... Also wie nur zugucken. Ja, das ist zu niedrig, oder? Wird das jetzt an höher setzen. Tut das. Kannst du dir mal angucken? Ich glaube, das ist so okay. Ja, sieht auch gut aus. Proportionsmäßig? Ja. Ja, doch. Wir sind ganz tief unten. Oh Gott. Wir sind schon so tief unten. Lego Technik. Hast du damals Erfahrungen mitgenommen? Ja, nicht viel, aber... Ich hab einiges gehabt. Ich hab sogar den Porsche gehabt, da man... ...wenn du das auch lenken kannst mit dieser Federung und so. Und selbst den halt ich... Das waren noch Zeiten. Ja, Lego Technik. Vielleicht brauchen wir auch mal Lego Technik-Zeit. Jetzt brauchen wir schon die andere Tüte. Ja, von Lego Technik gibt's halt... weiß ich nicht. Da gibt's Trucks, Autos... Ja. Das ist halt technisch. Ja. Das hier ist ja eher themenbasiert. Das ist themenbasiert, ja. Stimmt. Wir haben ein Themensatz. Funktionierenden Pac-Man oder so. Es gibt auch diesen Roboter. Mindstorm heißt der, glaube ich. Ja, das ist ja wieder was anderes. Die muss ja sogar programmieren, die Dinger. Ja. Richtig. Kommst du klar, oder soll ich's machen? So. Das ist schon los. Ja. Ja. Ja, meinst du, da musst du tatsächlich einen Rechner und Programm-Codes schreiben? Mhm. Ja, das hab ich mal bei Legoland gemacht. So einprogrammiert. Ist nicht so schwer, oder? Ist nicht so schwer, wie man denkt, nein. Also gibt's keine Intentions und so. Die haben dir das dann kurz erklärt, wie man's macht. Und du solltest dann so eine Kiste von da nach da bewegen. Ah, du hast dann quasi den Weg beschrieben. Genau. Das war toll. Ja. Richtig programmieren ist anders. Logischerweise. Ja, natürlich. Aber war trotzdem nicht einfach. Also der hat dann die Kiste nicht eingebracht, wo ich nicht wollte. Weil ich so viele Schritte einprogrammiert und so. Ja, du musst dann quasi, ne, bewegt dich von hier nach da. Genau. Dreh dich hier und so. Und nutze das so. Ja, das ist dann wirklich, ähm, ja, wie sagt man das? Einen Arbeitsschritt nach dem nächsten quasi. Genau. Richtig. So ein bisschen SPS-mäßig vielleicht. Speicherprogrammierbare Steuerung. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kennst du Schütztechnik? Was für eine Technik? Schütztechnik. Erklär ich dir das. Kann ich gern. Das hast du wirklich bei Rolltoren oder sowas. Ach so. Hm. Drückst du auf den Knopf und dann reagiert in der Regel ein Schütz, weil die Tore manchmal dreipolig sind. Und, äh, mit Totmannsschaltung, nach dem Motto, Toter Mann, Tote Schaltung. Und, äh, SPS ist im Grunde dasselbe wie Schütztechnik, nur halt EDV-basierend. Da hast du dann keine Klappertechnik mehr drin. Sondern halt, ja, Mikrotechnik. Ja, stimmt. Kann man auch genauso programmieren mit dem Faden und so. Brauchst du Hilfe? Zum Beispiel das hier. Kannst du schon mal reinsetzen. Wenn ich könnte. Ja, kommt doch dahin. Ja, ich muss ja erstmal die schwarzen Pümpel da rein. Ach so. Ja, dann machst du das. Wenn ich sie finde. Hast du schon eine? Eine hab ich schon. Das ist gar nicht so einfach hier. Ja, man muss halt Löcher zählen manchmal, ne? Habe ich früher viel gemacht. Hm. Ne, andersrum, weil die Seite kommt schon da oben drauf. Die musst du vielleicht nochmal runternehmen, wenn das nicht geht mit den Zusammenschieben. Das geht. Super. Perfekt. Sehr schön. Ja, jetzt darf ich wieder mitmachen. Jetzt kannst du wieder mitmachen. Jaaaay. So alles bauen. Du alles willig. Machen wir noch eine Wippe hier. Wieso passt das bei mir nicht? Weißt du nicht? Ach so, weil ich blöd bin. Let's see. Oh, stupid. Ja, Entschuldigung, das dauert jetzt ein Sekündchen. Was? Das Profi-Werkzeug? Ja, das Profi-Werkzeug habe ich an den Nägeln, ja. Gogo-Gergetto-Profi. Das ist auch bei jedem Set dabei. Liegt das, ähm, das will ich sagen, kauft euch das einmal oder so? Ne, ähm, das kann ja sein, dass es dein erstes Set ist, deswegen... Ja. Ja. Das ist zwei, ist auch schön. Ich hab zwar jetzt, äh, ganz viele davon, aber er ist irgendwie schlimm. Und du kannst es ja immer noch nicht. Haha. Gut. Ja, das war die Seite. Nein, es hat ja schon, äh, was du gerade so gemacht hast, das war ja auch alles schon so. Zweimal müssen wir das machen. Ach, das sind Lampen, hm? Lampen, Schlampung. Jetzt weiß man wieder nicht, was ist durchsichtig und was nicht. Ja, wieso? Die sind nicht durchsichtig. Ja, das sind so kleine. Das sind ganz normale kleine Graue. Der hier. Ja. Und das andere ist das, ja. Richtig. Man hat ja immer noch dieses Foto, wo die Talle drauf sind, also... Ja, aber auch da ist es nicht, finde ich. Haha. Ja gut, man kann sich schon was beidenken. Und hier so komische Arme, hast du die schon gesehen? Da werde ich da... Umdrehen und dann... Ja, das heißt Arme, die brauche ich jetzt zusammen. Das ist das hier. Ach, du hast schon einen. Ich habe auch einen. Und dann diese Stange. Ja, die habe ich schon. Das ist auch von Technik. Mhm. Und die kannst du dann reinschieben bis zum Andecken. Genau. Dann kommt das wahrscheinlich hier rein. Ist anzunehmen hier rein, ja. Musst du nur richtig drehen, dann passt das auch. Cool. Das finde ich immer cool. Und dann kannst du es reinsetzen. Nee. Da kommt hier zum Mal... Aufpassen. Von wegen kommen sofort rein, ja. Da kommt wahrscheinlich noch was dran. Let's mal schießen. Und dann mal eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Dann brauche ich zwei, fünf. Ja, genau. Ja, musst halt anstrengen. Nicht in die richtigen Löcher. Weil die rauszufrummeln ist scheiße. Da musst du nur von der anderen Seite gegenstecken. Trotzdem. Trotzdem. Mist. Ja, guck doch. Weil das doppelwandig ist, musst du ja erstmal auseinanderbauen. Ich mache ja auch alles richtig. Natürlich. Wie immer. Was ist auch richtig? Ja, natürlich ist das richtig. Ja, warum beschärfst du dich denn da mehr? Na so. Weil es kann. Boah, ist auch so ein Argument. Komm, steck's rein und ruhen. So schwer ist es nicht. Ich muss zählen. Was willst du da zählen? Zwei, drei und vier. Ist alles super. So. Jetzt kannst du es reinsetzen. Ja. Los, setzt es rein. Klang sie euch. Nein. Doch, kommt auch hier rein. Andersrum. Geh hier andersrum. Andersrum. Das ist die Seite, die aufgeht. Das kommt aber an die andere Wand. Das kommt hier rein. Ach, da. Hm. Dann passt das nämlich auch. Ja, das ist eine coole Konstruktion. Das ist geil, ja. So wie als immer von oben die so Dachbalken hätte. Ja, richtig. Cool. Weil letztendlich wirst du das Dach hier mit aufmachen. Stimmt, ja. Und dann wird das dagegen stecken irgendwie. Hm. Hammer. Hammer, Hammer. Ja, dann blättern sie mal. Ja. Fug ich mal. Und was passiert? Warte, Stopp. Jetzt drehen wir das Ganze. Genau. Aber so was von. Nicht, dass es gleich wieder zehn Fehler passieren, die die Folge unnötig verkürzen. Nicht, dass wir was davon hätten oder so. Das sind die dunkleren. Das sind die dunkleren. So. Wahrscheinlich brauchen wir jetzt das, damit wir die immer abnehmen können. Ja. Und die Stockwerke. Das vermute ich allerdings auch, ja. Hm. Normaler. Da. Flache zwei. Ja, ja. Ja, ja. Wir fließen wieder, sozusagen. Ja, aber das ist eine Sache, die recht gut von der Hand geht. Ja. 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 Beim Haus hat es auch viel Spaß gemacht, die ganzen Bräume zu fließen. Ja, das ist das genial. Ja, vor allem, dass die es überhaupt gemacht haben. Die hätten ja auch sagen können, nö, machen wir nicht. Stimmt. Aber dadurch haben die ja auch verschiedene Teppichfarben erst reingekriegt. So, jetzt kriegt das auch seinen Halt. Ja, jetzt gibt es auch noch Stabilität durch die Platten hier. Ja. Gerade so. Haben wir schon wieder einen weiter? Kann das sein? Da, gar nicht. So sicher. Ich bin nämlich noch hier. Ach so. Ja, weil es ist ja meine Seite. Ja, ja, ja. Deine Seite. Erzähl mir was. Deine Seite. Meine Seite. Deine Seite. Meine Seite. Mein Stein. Dein Stein. Dein Stein. Unser Wahn. Mein Wack. Dein Wack. Ups. Wie hieß denn das? Kommt da raus. Ist auch ein Telefonhörer, aber... Ja, das Telefon bei der Ghostbuster Serie, die ich gesehen habe, konnte sprechen. Ach so. Das war so ein Skelett. Mhm. Mit den Affen, weißt du? Weißt du vorhin? Ja, mit den Affen. Da konnte das Telefon sprechen. Da bestand alles aus Knochen quasi. Weißt du noch so? Was denn? Fehlt wieder die Hefte. Was heißt die Hefte? Es fehlt nur sowas. Ah, da ist er. Ja. Das ist verdeckt hier. Das ist eng. Verdeckte Ermittlung ist das. Und ich suche ihn und suche ihn. Und ich suche ihn und suche ihn. Und ich suche ihn und suche ihn. Hast du noch ein Ansätzchen da rein, bitte? Ja. Und dann kannst du das hier vorne auch noch eben... Stimmt. Dieses... Das ist für das Schild nahe. Ja, für das Ghostbuster Schild. Sind wir durch? Ja, sind wir durch. Ja, sind wir durch. Ich darf bestimmt jetzt leben, ne? Ja, du kannst das Schild machen. Was zum Teufel passiert denn da jetzt? Weiß ich nicht. Sechs mal das, einmal das. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und einmal so ein Dreier. Okay. Werkzeug haben wir hier auch. Ganz viel Werkzeug. Ach, das kommt da dran. Ja, das kommt da dran. Alles klar. Jetzt erkenne ich, was die von mir wollen. Und dann... Ach, waren die Abstände gar nicht so richtig. Weiß man ja nicht. Es scheint auch ziemlich willkürlich gesehen, wenn ich mir das so angucke. Ja, muss ich natürlich von beiden Seiten bekleben. Hier, Ghostbusters noch. Ja, klar. Kann man sein. Aber es kommt, wie gesagt, erst im zweiten Teil vor. Was denn, das Bekleben? Das Schild. Das Schild kommt erst im zweiten. Das hier. Das kommt erst im zweiten. Das siehst du erst im zweiten. Haben Sie das nicht im ersten Teil schon? Ich habe echt darauf geachtet. Was denn? Moment. Das ist ja... Im ersten Teil werden sie theoretisch finanziell ruinieren. Ja, genau. Und dann hängen die sich trotzdem so ein Schild hin? Das passt ja irgendwie nicht. Ich bin durch. Ja, dann gehen sie ja auch sogar auf Kindergeburtstag mit. Ja. Da haben sie schon gesagt, nee, weder. Ich baue Schubladen ein. Das kann ich. Toll. Ja, zweimal musst du das ja machen. Achso. Ja, toll. Ich dachte, ich kann nicht mehr mitspielen. Doch. Ich baue auch das oben drauf. Gut, dann bin ich fertig. Dann baust du die Kaffeekanne und das Radio. Jetzt kommt ein bisschen Integriere. Ja, also die kleinen G-Max, ne? Ja. Komm jetzt auch. Ja. Kannst du da jetzt leichter draufstellen. Euhh... Ha, ha, ha. Ha, ha. Mhm. Ich glaube. Ja. Hab ich ja gesagt. Irgendwie muss der Schleimherr zum Tanzen gebracht werden. Da kommt noch irgendwas rein, diese Pinöckel, da sind die umsonst. Leger macht nie irgendwas umsonst. Das stimmt. Ich vermute auch, da kommt irgendwas rein. Ah, Bürostuhl und so, dann mach ich den jetzt. Da haben wir auch ein bedrucktes Ding. Hallo, würdest du da bitte reingehen? Dankeschön. Auch sehr schön. Buick Ghostbusters. Buick. Sehr gut. Splish in Ausgabe. Sehr schön. Aber bei den Simpsons nicht auch ähnlich ist? Ja, richtig. Ja, richtig. Da haben wir auch diese Zeit, Angry Dad und so hatten wir da. Angry Dad? Ja gut, den gab es ja noch. Das war schon witzig. Das ist schon mal falsch. Ne, ich kann das auch mal machen. Das sieht richtig stark aus. Das wird jetzt der Schreibtisch von Peter Wenkmann, denke ich mal. Schauen wir mal. Irgendeines seines von irgendjemanden den... Oder von Tully. Der macht ja dann später... Also in den Comics macht er ja dann die... Auch im zweiten Teil macht er die Buchhaltung. Ja. Das stimmt. Ist ja Steuerberater, oder? Genau. Weil er auch im zweiten Teil denkt, er hätte die Bösen vertrieben. Stimmt. Das war ich. Ich hab das gemacht. Ja. Ach, soll man ihm ruhig im Launen lassen? Der arme Kerl. Ja. Und dann macht er mit Janine rum. Ja, macht mit Janine rum. Ja, und der mehr Babysitter. Einmal das Magazin, bitte. Ja. Einmal das Polke. Auch nur zu dritt. Na gut. Mhm. Auch nur zu dritt. Das kommt zum... Das ist... Das könnte sogar... Ach nee, das ist der Schreibtisch hinter Janines. Ja, genau. Richtig. Der von Peter, sag ich ja. Warte mal, Monique. Der von... Jetzt passt er. Jetzt kommt diese Abgrenzung, die man auch empfindet. Ja. Ja. Und dann kommt wahrscheinlich Janines. Dann kommt Janines. Das ist logisch. Du musst das lassen. Ja, was wollen sie? Wo sind wir so genervt? Ja. 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 Du willst doch eigentlich nicht nochmal anrufen. Aber du musst ja, weil die... Die sind ja ernst in Gasse. Ja. Das ist falsch, ey. Und dann kommt zwei mit Haken. Hast du noch einen 1,5 braun mit... Ich hab schon. Ja, die Tüte ist kleiner. Was hast du... Aber nicht minder leichter. Den? Nee, nee. Und dann die Flügeltöne, genau. Die Flügeltöne brauchst du jetzt auch, ja. Ja, das finde ich cool, dass die da... Ist ja egal, wie rum. Genau. Ist ja egal, wie rum her verliegt. Kann man in dem Fall ja ändern. Kommt wie gesprungen, ja. Grau... Brau... So, kommt das. Zweimal. Der hier? Ja, genau. Einmal bin ich schon fast fertig. Ja, du warst ja noch... Warst, 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 warst. Ich wollte dich gerade entschuldigen, ja. Nee, nix hier. Außerdem bist du noch nicht fertig. Hä? Hä? Was ist los? Was ist denn der Zweite davon? Nee, das war ein 2,2. Ja, guck mal. Nee, hier, von diesem... Weißt du, ich hab in der Zeit schon zwei neue gefunden, und du findest nicht einen? Ah, hier. Der ist doch vergraben. So. Doch, so. Fertig. Wie wäre das noch? Ich bin noch nicht schon fertig. Der steht noch nicht mal richtig. Der muss wahrscheinlich da hin. Oder? Die müssen alle... 1, 2, 3, 4, 5 auseinander. Jetzt kann ich natürlich nichts sehen. 1, 2, 3, 4, 5... Da, so ist richtig. Der kommt an der Wand. Der kommt an der Wand, genau. So. Au! Jetzt kommt die Werkzeugkiste. Die Werkzeugkiste. Kommt der wirklich an die Wand? Ja, sieht so aus. Der hat da eine Wand. Weil es ja gar nicht symmetrisch ist. Doch, sieht doch schön aus. Weil der geht nicht dran vorbei. Ja, aber er ist nur einer frei, ja? Ja, ja, aber der geht so gerade eben, aber es geht irgendwie anders wahrscheinlich, ne? Das sieht doch gut aus. Ne, ortisch ist es ähnlich. Stark ähnlich. Sieht doch gut aus. Machst du diesen roten Kasten? Den Werkzeugkasten? Den Werkzeugkasten, ja. Ja. Habe ich doch gerade gesagt. Dann darf ich wahrscheinlich noch mal ein Schreibtisch bauen, ne? Wahrscheinlich. Kann schon mal den Stuhl zusammensetzen, ne? Okay. Wenn der ganze Kleinkram vom Werkzeug schon mal weg ist. Ähm, ja. Wahrscheinlich fehlt noch ein Teil durch meinen Rumgeflump. Was denn für einer? So ein grauer. Wahrscheinlich musst du noch mal auf Versuche gehen. Dieser hier? Dieser hier? Ja, genau. Und haben wir da einen über? Ne. Deswegen. Noch mal auf Versuche gehen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, ne? Ja. Oh mein Gott. Das liegt jetzt nicht an Lego, sondern an mir. Enggrauer. Kann es nicht rot sein oder pink? Ein bisschen einfach. Hammer. Da wird sogar gesagt, was da reingehen würde. Ein Hammer. Ein Schraubenschlüssel. Also ist das Autowerkzeug. Und ne Kanne. Also ich finde es am ersten Blick jetzt nicht. Okay. Das ist ganz rechts. Da sind alles Reste, die ich hätte noch wegfegen sollen. Wenn ihr Kraschen und Kram hört, das ist Thorsten. Kommen wir da später nochmal dran irgendwie? Ja sicher, klar. Kommen wir nochmal dran. Kommen wir nochmal dran. Das ist nur, dass so ein Werkzeug da nicht, äh, ja, dran ist. Jetzt müssen wir dann später nochmal. Bleibt Tageslicht, wobei ein richtig helles Dorn noch nicht. Momentan ist das Wetter nicht so schön. Ist hier irgendwo angeflutscht. Das kommt beim Echo hin. Ich geh mal kurz durch das Licht. Hallo. Hallo. Wieso? Ein Teil. Ein kleines Teil. Ja. Aber ich find's nicht. Hm. Ja was. Ich find's jetzt gerade recht gut. Ja wie was. Ich find's jetzt gerade recht gut. Ich find's total falsch. So. Ne. 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 Ist doch irgendwo hier drunter geflutscht. Kann ja auch anders sein. Nix noch. Bei dir auf der Seite auch nicht. Ne. Wie gesagt. Aufladen. Was? Achso. Aufladen. So. Jetzt kommt noch ein Lämpchen. Aha. Jetzt kommt der ganze Inhalt hier. Baust du die Lampe schon? Ich baue das. Ja dann durch. Dies hier. Es ist immer besser wenn jeder seine Seite dann baut. Ist doch auch richtig so. Sonst kommst du hinterher ganz sicher. Na ja. Wie kommt das denn jetzt so da rein oder wird? Ich baue auf den Kopf auch nicht schlecht mit einem Glas. Jetzt. Wollen wir jetzt mal drauf kommen. Ja ja. So ein Lego Ingenieur ist auch nicht einfach. Ne. Das ist ein interessanter Job. Muss sehr kreativ sein. Ja vor allem. Wie kann ich das ein bisschen umsetzen? Und dann mit dem was du hast am besten noch? Richtig. Am besten kein neues Teil. Ja. Vermute ich mal. Die werden auch Auflagen haben. Ja natürlich. Klar. Da kommt dann noch so ein Ding mit einem Teil drauf. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du neue Steine haben möchtest. Haben gebrauchen kannst. Warum liegt denn der Zeit noch auf dem Mond? Wer hat denn hier nicht aufgeholt? Auf jeden Fall kommt der Zeit. Hast du die schon? Die hast du schon da ne? Ja. Die haben wir schon da. Die kann man da haben. War so. Interessant. Was für ein Chaos. Aber richtig aufgeräumt ist es da ja nur wirklich. Ne. Stimmt. Kommt jetzt schon ein Schreibtisch. Jetzt kommt der Schreibtisch. Jetzt kommt der Schreibtisch. Jetzt kommt der Schreibtisch. Wir werden drüben Schreibtisch. Ein Schreibtisch. Kannst du aber machen. Also ich habe nichts gesehen. Auch auf deiner Seite nicht. Vielleicht hast du ja. Gehst du mit einem anderen Blick dann ran. Okay. Das ist nicht das was wir gesucht haben aber auch gut. Ein grüner einer. Wer weiß wo der fehlt nachher. Ja den haben wir noch nicht gebraucht. Wahrscheinlich. Oder sonst? Auch nichts ne? Ne. Ne. Ansonsten bestelle ich den wieder nach. Das ist auch was schönes. Weil man kann jedes Teil nochmal nachverstellen. Und da haben wir einen Fehler gemacht. Was sind für Fehler? Da kommt der hin. Ist nicht schlimm. Lässt dich schnell korrigieren. Alles gut. Ja. Bei dir brauche ich nämlich hier. Ja genau. Mach mal bitte zu. Ja. Wir müssen ja eh gleich rein. Ja. Im Grunde schon nur so sehe ich halt. Die Steine nicht. Ach. Ich kann ja hier schon mal kleben. Sehe ich gerade auch. Soll das so hin? Die Nummer 7. Telefon. So. Ja. Schreib dir das auch durch an und nach. Hier ist das Telefon. Aber das ist nicht der Brief. Stell dir doch auf. Ich darf das. Das ist ein Brief von so einer Tastatur. Tastatur ist das. Richtig. Stimmt. Jetzt wo du sagst, erkenn ich so. Das sieht man. Ja. Auf dem zweiten Blick. Klar. Ja. Auf dem ersten. Ja. Da hast du rechts eine Tastatur. Ich habe schon einen ersten Blick gesehen. Ja. Ist schon gut. Du kriegst da in Ordnung für. Ja. Ja. Einen Daumen hoch dafür. Eine gute Nudel. Jetzt fehlt mir der eine flache Zweier noch. Welcher flacher Zweier? Der da. Der graue. Und ich fange nicht. Aha. Ja, den hatte ich. Im Petto noch. Im Petto. Genau. Das ist der Raum. Ja. Was habe ich denn da gebaut? Weiß ich nicht. Gott. Gott. Das kommt da hin. Das kommt da hin. Ich bin mal gespannt, in welcher Tüte die ganzen Geister sind. Die sind durchsichtig. Die musst du erst mal fangen. Ja. Genau. Das Telefon hast du drauf geknett. Jawohl. Ja. Telefon im Neuraum. Ja. Der kommt gleich. Das ist für dich aber cool. Ja. Das ist auch so ein Teil, was ... Hat man nicht überall. Hat man nicht überall. Genau. So, da liegt der Brief da noch so drauf. Mhm. Blümchen hast du schon gebaut? Ach so, eine Blume ist das. Eine Blume. Oh, der Monitor. Jetzt geht's ab. Ja, der kann ja schon mal leben. Nummer 11 ist das, oder? Ja. Damit ich auch den richtigen Monitor hier habe. Ja. Es gibt mehrere? Ja, es gibt mehrere hier. Okay. Elway. Der spielt ... Ähm ... Wie heißt das? Ähm ... Eleway. Genau. Da gibt's Outbreak und wie sie alle heißen. Ein tolles Spiel. Habe ich auch immer gespielt. Vor dem 64er oder noch. Da hieß es Breakout in der Tat. Ne, Eleway. Ich hatte es auch auf dem Gameboy. Da hieß es Eleway, genau. Das habe ich auch bis zum Erbrechen, also bis zum Ende gespielt. Cool. Ja, der Stuhl steht noch. Ja, der Stuhl steht noch. Weil jetzt die Frage ist, war's Telefon auf der richtigen Seite? Ich weiß es nicht. Ja. Ne, ich meine, der ... Ah! Der Hörer ist abgefallen. Ja, was passt das? Ja, was wollen Sie? Oh, ich habe die Lampe vergessen. Das geht ja gar nicht. Die hier, ne? Die ist goldene. Wie kann man die Lampe vergessen? Ich weiß auch nicht. Janine, brauche ich es zu lesen. Die hat grünsten. Ich weiß es nicht. Hast du alle Teile? Ja, ne? Hast du schon. Ist das durchsichtig? Ja, ne? Ich vermute schon. Ist ja eine Lampe. Hier stimmt auch wieder. Nein, ist nicht durchsichtig. Nicht? Ja, war nur Spaß. Hast du etwas nicht durchsichtiges da? Dann kriegst du meine Blume. Die ist nämlich nicht durchsichtig. Doch, habe ich. Hast du etwas durchsichtiges? Ja, sicher. Na gut, dann hängen sie dran. Tu es! Ja, was? Do it! Hier, beim Brief kommt das. Genau. Cool. Ich glaube, das war schon die Tüte. Weil es sieht so aus. Ja. Ja. Wow. Sollen wir es einmal rumdrehen? Ja, sicher. Sicher, sicher. Jetzt haben wir so ein bisschen Mülle gebaut. Mal ein bisschen angeben hier. Wasser. Haha. Wow. Eie. Das ist ja mal geil. Aber da haben sie sich gut an die Vorlagen gehalten. Ja, jetzt haben wir den Innenraum dekoriert. Ne? Der hört aber nicht hin. Doch. Doch. Na, warte mal. Achso. Gehen wir mal den Beigen da. Genau, der kommt dann auch hin. Achso. Direkt daneben. Hier? Nein, daneben. Genau. Dann kannst du den nicht da draufsetzen. Ich dachte, das wäre so gut drauf. Nein. Das macht man doch nicht. Vor allem zweimal in dieselbe Zeitung. Halt auch so hin. Für jeden einen halt, ne? Natürlich. Alles klar. Habt ihr das auch mal gesehen. Dann wisst ihr auch, was ihr die letzten 40 Minuten gesehen habt. Ja, sorry, aber es geht halt nicht anders. Leider. Leider. Alles okay. Müssen wir durch. Müsst ihr auch durch. Sehen wir uns bei Tschütchen Nummer 5 wieder. Mhm. Bis dahin. Ciao. Tschö.